Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Live-Sendung jetzt hier am Sonntag. Normalerweise haben wir ja immer einen vorbereiteten Film, aber einige von euch werden ja uns letzte Woche gefolgt sein, als wir unsere Messe, unsere interaktive Messe gemacht haben. Da waren wir ja vier Tage am Stück, teilweise sogar über drei Stunden live. Und ja, ich habe mir gedacht, wir können eigentlich dieses Mal auch live gehen, zumal ich ein wirklich interessantes Thema habe, wo ich mich freuen würde, wenn ihr auch entsprechend mit dran teilnehmt. Und ich glaube, gerade das macht es interessant und es macht auch Spaß, wenn wir eben hier dann alle so ein bisschen über die Thematik Turnplanung diskutieren. Wie stellt man es eigentlich am geschicktesten an, dass man seinen Turn plant, beziehungsweise welche Schritte sollte man da auf jeden Fall mal mit beachten. Und ein paar Tipps und Tricks habe ich auf jeden Fall für euch, ein paar schöne Tools, die euch helfen werden, euren Turn entsprechend vorzubereiten. Ich hoffe, es funktioniert alles, die Technik funktioniert. Ich habe hier noch so einen kleinen Bildschirm, wo ich sehe, ob eventuell irgendwas hakt oder nicht. Im Moment habe ich das Gefühl, es funktioniert. Ich sehe hier auch schon, dass ein paar schon von euch mit da sind. Also schönen Abend und vielen Dank schon mal, dass ihr mit dabei seid. Südtirol ist auch wieder mit dabei. Der Andreas ist mit dabei. Der Mark ist mit dabei. Super cool. Das freut mich riesig. Ja, ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen in die Thematik einsteigen, bevor wir dann gemeinsam drüber vielleicht auch mal ein bisschen diskutieren. Vielleicht habt ihr, wie gesagt, die ein oder andere Geschichte, wo ihr sagt, Mensch, da gibt es noch eine Information von eurer Seite aus. Und dazu starte ich einfach mal mit so ein paar Punkten. Also zum einen, wie wollen wir es heute durchgehen? Also ich habe mir vorgestellt, wir machen das so, dass wir mal Revier, Highlights, Routenplan, Insider-Infos aktuelles. Das ist mal so, wird jetzt vielleicht auf den ersten Blick ist es dem einen oder anderen jetzt vielleicht nicht ganz klar. Was meine ich damit? Aber wir werden diese Punkte alle mal so eins nach dem anderen durchgehen und vor allem, was ich damit meine. Das allererste, wenn ich jetzt sage Revier, gut, da meine ich natürlich zum einen mal so die allgemeinen Revier-Informationen. Welches Revier passt denn eigentlich zu mir? Also als Ziel habe ich hier reingeschrieben, welche Destination hat die für die Crew passenden Revier-Eigenschaften, also die passendsten. Es ist ja so, die Reviere haben ja verschiedene Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Ob das jetzt Wind ist, ob das jetzt die Erreichbarkeit ist, ob das jetzt die Temperaturen sind. All diese Dinge sind ja charakteristisch wichtig für die Crew. Und hier sollte man, das ist schon mal der allererste Punkt, wirklich schon mal darauf achten, dass man sagt, hey, nicht nur für mich als Skipper, sondern wie sieht es denn mit der ganzen Crew aus? Also was erwarte ich von diesem Revier? Da haben wir auch schon mal spezielle Videos darüber gemacht. Jetzt streife ich das nur mal ganz kurz. Was meine ich damit, wie ihr an diese Informationen kommt? Ich meine, klar, zum einen, ihr könnt aus Websites euch diese Informationen holen. Ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet, damit ihr versteht, was ich damit meine, wenn ich jetzt sage Websites. Dann ist es beispielsweise, wenn ich jetzt hier mal auf unsere Website schaue, dann kann man jetzt hier einfach erst mal auf beispielsweise die Destinationen klicken und dann sich mal einen Überblick über die Reviere machen, indem man beispielsweise jetzt hier auf Kroatien klickt und sich dann mehr Revierinformationen anzeigen lässt. Da gibt es dann was über Süddalmatien, Istrien, Mitteldalmatien und nicht nur wir, sondern auch natürlich viele andere Vercharterer beziehungsweise Agenturen haben diese Art von Information für die Kunden bereitgestellt. Der eine macht es auf die eine oder andere Weise, der andere macht es dann wiederum ein bisschen anders. Also wichtig ist, dass man es hier erst mal schafft, dass man eine grundsätzliche Auswahl überhaupt erst mal treffen kann zu dem Revier selber. Ganz kurz nochmal zwischendurch, vielen Dank nochmal, ich höre hier gerade, dass alles soweit funktioniert, da bin ich schon mal ganz glücklich. Das heißt, Internetverbindung steht offensichtlich und später können wir dann auch nochmal, wie gesagt, auf die einzelnen Fragen und sowas mit eingehen. Gehen wir nochmal ganz kurz zu unserem Punkt, was wir gesagt haben, was das Revier betrifft. Websites haben wir uns soweit angeschaut. Ja, das andere, da kann ich jetzt im Endeffekt jetzt erst mal nur für uns sprechen. Wer unseren YouTube-Kanal kennt, der weiß im Endeffekt auch, dass man hier bei uns auf YouTube auch die Möglichkeit hat, dass man beispielsweise auf die Revierinformationsseite geht. Das ist eine Playlist bei uns auf YouTube. Und hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel über diese zwei Filme hier, die heißen die meistgebuchten Charterreviere der Welt, mir mal einen Einblick darüber zu machen, wie performen diese Reviere eigentlich miteinander. Was haben die für Eigenschaften und was haben die, wie gesagt, für Charakterzüge, die Reviere. Und dann kann ich natürlich auch recht schnell rausfinden, ob das jetzt was für mich und meine Crew ist oder ob das jetzt vielleicht nichts für mich und meine Crew ist. Das Dritte, finde ich natürlich auch sehr interessant, ist unser Charterbar-Magazin. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Magazin, welches wir jetzt aktuell haben, sondern wir hatten früher mal ein Magazin, bei dem wir, ich habe es auch mal hier, haben wir übrigens noch einige, die ihr euch auch mit anschauen könnt. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ich müsste hier oben noch die Möglichkeit haben, dass ihr auch das seht, wenn es funktioniert. So, schauen wir mal ganz kurz, genau. Also, gucken wir mal ganz kurz da rein. Ich mache das jetzt auch mal groß. Das ist jetzt nicht ganz so gut von der Qualität her mit der zweiten Kamera. Aber hier habe ich jetzt das Magazin, Yacht-Charter und hier habe ich jedes Revier dieser Welt, wo man Schiffe chartern kann, mal im Detail auseinandergenommen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, über sogenannte Spinnendiagramme mal herauszufinden, wie die einzelnen Charaktereigenschaften dieses Reviers sind. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo auch mal ganz groß beschrieben. Genau, hier. Da kann ich im Endeffekt jetzt einfach mal sehen, ist es ein Familienrevier? Wie kann man da viele kurze Schläge machen? Sind da viele Buchten? Ist es ein ruhiges Revier? Und all diese Informationen plus eine Kurzdarstellung des Reviers findet ihr dann beispielsweise hier in dem Magazin. Also, wie gesagt, auch das ist ganz interessant, dass man sich einfach mal sowas holen kann und da schon mal grob drüber gucken kann, bis man dann einfach mal weiß irgendwann, welches Revier denn da jetzt eigentlich gerade das Richtige für mich ist. Ja, jetzt haben wir am Anfang gesagt, Revier. Dann gehen wir jetzt gleich noch zu den Highlights. Ich schaue jetzt mal ganz kurz noch, ob da noch ein paar Infos gekommen sind von eurer Seite aus. Ich freue mich total. Also hier, hallo aus der Schweiz. Ja, hallo zurück, Uwe. Freue mich sehr, dass du da bist. Auch Frank ist wieder mit dabei. Käpt'n Andreas ist mit dabei. Armin, du bist mit dabei. Freue ich mich sehr. Schön, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Gerhard schreibt, was wirklich Interessantes. Was will die Crew? Gerhard, wie meinst du das? So ungefähr, was hat die zu wollen? Die hat doch nichts zu wollen. Nein, du fragst natürlich genau, was interessiert die Crew? Was ist für die Crew interessant? Und das ist, ich muss mal hier ein bisschen leise machen. Genau, was ist für die Crew interessant? Und das ist natürlich auch wichtig. Und auch hier wieder eben ganz wichtig, die gewünschten Urlaubsemotionen der Crewmitglieder abfragen und eruieren. Also ganz, 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 ganz wichtig. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe einen extra Beitrag darüber in unserem neuen Magazin geschrieben, wo es wirklich um das Thema Crew auch geht. Und wer das Magazin hat, der wird auch wissen, dass wir genau dieser Geschichte wirklich ganz, ganz viel gewidmet haben. Es bringt nichts, wenn, allein wenn schon einer oder zwei total unglücklich sind mit der Crew, mit der Destinationsauswahl, dann hast du wirklich ein großes Problem. Oh, das ist ein tolles Lob, freue ich mich sehr. Gerhard, unglaublich, was ihr euch alles für eure Kunden antut. Ich muss zugeben, wenn das so ist, wie jetzt gerade eben, dann ist es natürlich wunderschön. Mir macht das natürlich sehr, sehr viel auch Spaß, wenn ich auch sehe, dass da eine gewisse Interaktion da ist, dass ihr mit dabei seid und eben auch mit zuschaut. Das ist wunderbar. Und ich meine, das ist ein Thema, das interessiert eben ja auch uns alle. Ich bin genauso einer von euch, wie ihr einer seid wie ich. Wir alle haben die Leidenschaft segeln und deswegen ist es, glaube ich, wirklich interessant, sich solche Sachen mal gemeinsam anzuschauen. Gehen wir mal zu unserem nächsten Punkt. Revier, wenn das jetzt mal steht soweit, dann kommen wir zu den sogenannten Highlights. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, diese bestimmte Reihenfolge, wie ich sie heute euch mal vorstelle, durchzugehen. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund. Welche Orte sind sehenswert, habe ich da aufgeschrieben. Und zwar ist es so, wenn man sich jetzt das Revier, gehe ich nochmal ganz kurz zurück, ausgesucht hat, sollte man im gleichen Zug auch schauen, welcher Radius ist denn überhaupt besegelbar in der Zeit, in der ich bin. Also einfach mal den Radius abstecken, schauen, bis wohin kann ich maximal fahren, was gibt es alles zur Möglichkeit. Nur mal von der Distanz her. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich dann in dem Bereich Highlights bin, dann überlege ich mir, welche Orte sind in diesem Radius denn überhaupt sehenswert, ohne mich irgendwo festzulegen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier nicht gleich in die Detailplanung geht, sondern dass man erstmal sagt, okay, was geht denn eigentlich? Was ist wichtig? Was könnte Spaß machen? Und hier muss man natürlich ein bisschen tiefer in die Materie eingehen und da kann man natürlich beispielsweise in Foren und in bestimmten Blogs sehr viele Informationen rausziehen, wo dann beispielsweise eine bestimmte Ecke, ich sage jetzt mal Ionisches Meer rund um Lefkas, wo dann einfach dort ein paar Informationen sind. Und dann kann man sich die eine oder andere Bucht rausschreiben und sagen, hey, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte eine einsame Bucht, ich möchte ein tolles Restaurant oder wo auch immer. Auch hier kann man dann beispielsweise sagen, man geht in die Rubrik Revierinformationen bei uns und wir haben ja die Revierinformationen, wenn ihr mal hier auf der rechten Seite seht, bei uns so gestaltet, dass man hier die einzelnen Segeln in Kuba, Malediven, in der Türkei, Yachtshater Azoren, Kroatien segeln Süddalmatien, Kroatien segeln überhaupt allgemein, dann die Liparischen Inseln, also ob das jetzt die nördlichen Sporaden sind. All diese Videos sind sehr speziell und zeigen im Endeffekt dann ein bestimmtes Revier, also ein Revier, welches ihr dann gerade in dem Moment natürlich besegeln möchtet und da könnt ihr euch dann eben auch die einzelnen Highlights einfach mal raussuchen, wenn sie denn in eurem Radius sind. Das nächste sind selbstverständlich die ganzen Revierhandbücher. Es gibt natürlich viele Handbücher, da mache ich hier mal nochmal meine zweite kleine Kamera an, bei denen ihr die Möglichkeit habt, euch speziell zu informieren. Beispielsweise, ich habe jetzt hier wirklich einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht. Schlemmer Turns in Kroatien von Bodo Müller, der Frau Scheiter und dem Jürgen Straßburger. Hatten wir letztens auch live hier bei uns in der Sendung. Also die haben wirklich sich die besten Restaurants rausgesucht und gerade wenn jetzt jemand beispielsweise kulinarisch sehr interessiert ist und in Kroatien segeln möchte, dann ist er natürlich mit so einem Buch sehr gut aufgehoben, weil er sich da natürlich dann ganz genau raussuchen kann, was macht Sinn für mich, was möchte ich mir anschauen. Genauso ein sehr tolles Buch ist hier der neue Revierkompass vom, so ist es, wenn einem da manchmal die Namen der besten Freunde nicht einfallen, vom Thomas Kespora. Thomas, entschuldige bitte, wenn du das siehst, kannst mich dann gleich morgen meckern. Ja, also auch hier ganz interessant, genau für Charterkunden gemacht, dass man hier einfach mal Informationen darüber sieht und sagt, okay, wie, so, jetzt ist die Kamera ausgegangen, wieso, schauen wir mal. Die ist bestimmt gleich wieder da, hoffe ich. So ist es nämlich auch. Technik, wenn sie funktioniert, ist wunderbar. Ja, also auch hier habe ich die Möglichkeit, über bestimmte Reviere dann Detailinformationen abzurufen, die mir dann helfen können, zu bestimmen, ob das was für mich ist oder eben nicht. Dann gibt es natürlich auch die Bücher, die ihr vor allem jetzt aus den Boden kennt. Türkische Küste beispielsweise hier, ostgriechische Inseln, auch hier, also wobei ich sagen muss, diese Bücher sind in erster Linie mal sehr interessant, wenn es jetzt darum geht, wie lege ich da an, wie ist der Hafen wirklich angeordnet. Aber es gibt auch ein paar Informationen hier, nicht nur was die Ansteuerung und so betrifft, sondern so ein paar geschichtliche Hintergründe, sodass ich mir hier schon mal so ein bisschen ein Bild davon machen kann, was gibt es denn hier so in der Ecke und was könnte für mich interessant sein. Also, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass es an dieser Stelle interessant ist, sich bezüglich des Reviers auch ein bisschen ein paar Bücher zu holen, damit man hier in Ruhe ein bisschen schmökern kann. Oder zum Beispiel auch Törnberichte. Ich habe es hier als letzten Punkt nochmal reingeschrieben. Törnberichte, die kann man beispielsweise auch online runterladen unter yacht.de. Das sind ja wirklich professionell geschriebene Törnberichte von einfach Leuten, die wissen, was sie tun, die sich sehr gut da auskennen. Das sind Wassersportjournalisten, die entsprechende Bilder machen, die das sehr gut recherchieren und das ist Wissen. Das würde ich auf jeden Fall abrufen, wenn ich weiß, dass ich genau in dieser Region dann eben aufs Wasser kommen, aufs Wasser gehen werde. Das Ziel, alle interessanten Points of Interest in dem Zielgebiet zu definieren. Soll nicht heißen, dass ich mir alle anschauen möchte. Wir kommen dann auch gleich dazu, wieso, weshalb, warum das genau so ist. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz. Hier haben wir noch ein paar schöne Infos. Moin aus, da gehe ich nochmal da drauf. Moinsen, zurück, Segelprojekt Jürgen Fröhling. Hallo aus Bad Bergen. Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Andreas hat was Längeres noch reingeschrieben. Mich nehmt auch immer, freut mich sehr, deine Podcasts mit dem Thomas Kessbohrer mit. Genau, wer da über seine Erfahrungen redet, bekommt man Fernweh und lässt sich gleich nebenbei Googling starten. Absolut. Also freut mich sehr, dass es dir gefällt. Und das ist eben auch, ich meine, der Thomas Kessbohrer ist ja Wassersportjournalist, aber vor allem einfach jemand, der diese ganzen Ecken besegelt hat, viele Artikel auch schon geschrieben hat, viele Bücher geschrieben hat, wie man gerade eben gesehen hat. Mit ihm habe ich übrigens jetzt bald einen Podcast am Laufen. Also da dürft ihr gespannt sein. Wir werden, was ganz Spannendes bringen wir gerade auf den Weg und ihr werdet die Informationen darüber auf jeden Fall hier auch bei uns bekommen und bin mal gespannt, ob euch das dann gefällt. Gut, was haben wir hier noch? Dann hat der Gerhard noch geschrieben, ich setze mir die Navionics, diese interessanten, auch von denen ich mal gehört, gelesen habe, Punkte, als eigene Point of Interest und dann im Revier ist das super, wenn man aufgrund des Wetters nach Alternativen sucht. sehr, sehr gut, komme ich jetzt nämlich auch, also es ist mit ein bisschen vorgegriffen, aber perfekt, das sind genau die Dinge, die man da wirklich auch dann gleich mit reinpacken kann, beispielsweise eben in diese Navionics-App, wem das nix sagt, die Navionics-App, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ist quasi eine App, mit der man schon mal seinen Turn online planen kann, ist ein Kartenplotter fürs Handy. Ja, und hier auch nochmal der Ingo, hallo, hallo zurück aus Homburg an der Saar, freut mich, wenn dir das gefällt, Ingo, das ist sehr schön und wie gesagt, ich bin da sehr dankbar, dass ihr da alle mit dabei seid, mit zuschaut und dass euch das, ja, offensichtlich auch gefällt. Gut, hier waren wir gerade eben, das heißt die Highlights, gehen wir mal einen Schritt weiter, wir haben ja vorher gesagt, dass es dann irgendwann auch mal zu dem Routenplan kommen kann und das ist ein Punkt, viele machen diesen Routenplan als allererstes und sagen, oh, wo kann ich denn, ich da starte ich und wie kann ich jetzt einen sinnvollen sieben Tagesturn beispielsweise machen, dass ich jeden Tag um die 20 Seemeilen segle. Macht keinen Sinn, sondern der Routenplan macht eben genau erst jetzt Sinn. Wie verläuft, Achtung, der grobe Routenplan? Und ich gehe jetzt mal schon mal runter aufs Ziel, nehme das vorweg, man sollte jetzt einfach eine Route mit den Highlights und den möglichen Liegeplätzen einfach mal erstellen. Einfach eine Route entlang der interessantesten Highlights, die man sich rausgesucht hat und da dann auch schauen, welche Liegeplätze würden in Frage kommen, ohne dass man sich jetzt festlegt, hier und dort muss, möchte ich dann übernachten. Das eine ist ja gerade eben schon angesprochen worden. Das ist beispielsweise eben die Navionics App. Ich habe das hier nochmal ganz kurz drinnen für diejenigen, die die Navionics App noch nicht kennen. Ich bin jetzt hier gerade auf der Webseite von Navionics. Also Navionics bietet dir die Möglichkeit, dass du hier einfach Karten runterladen kannst und wenn du die Karte runtergeladen hast, dass du wirklich auf deinem Handy, auf deinem Tablet planen kannst, deine Route, Point of Interest setzen kannst und wirklich auf fundierte Daten auch zurückgreifen kannst, ohne dass du jetzt einen Plotter hast. Denn der Plotter selber, ich meine, das wissen wir, der Plotter selber, den hast du natürlich erst immer nur auf dem Schiff und nicht schon vorher, aber für die Routenplanung wäre es natürlich sinnvoll, beziehungsweise schön, wenn man dann einfach eben einen Plotter hätte. Gut, was ist ansonsten wichtig? Und das ist mein absoluter Geheimtipp, das ist Google Earth. Also Google Earth ist meiner Meinung nach einfach der absolute Brüller, wenn es darum geht, dass man hier planen möchte. Ich habe da auch mal ein bisschen was vorbereitet für euch und ich will euch jetzt mal zeigen, wie cool und einfach man über Google Earth seine Route planen kann. Google Earth könnt ihr euch einfach runterladen im Internet. Wichtig ist, dass ihr Google Earth Pro euch runterladet. Auch das kostet aber nichts. Und jetzt schaut mal her, wie man das am besten macht. Das heißt, man lädt sich das Programm runter und hat dann erstmal so die Welt vor sich. Kann man über die Maus einfach dann, Gott, das ist Wahnsinn, was die Technik heute alles möglich macht. Und jetzt kann ich beispielsweise, bleiben wir mal bei der Geschichte Lefkas. Ist ja einfach mal, bin ich überhaupt richtig? Ja, Igelei, wunderbar, genau. Hier oben, so, wird gestartet. Da landet ihr irgendwo mit dem Flieger, da kommt ihr an und seid dann hier in der Marina von Lefkas. Und jetzt geht es ja darum, dass ihr diese Route mal planen möchtet. Und ihr wollt ja auch wissen, wie weit ist es denn dann von A nach B nach C. Und das ist so einfach, indem ihr hier oben einfach auf dieses Lineal geht. Klickt da drauf und ihr bekommt, so, dann bekommt ihr angezeigt Linie, Pfad, Polygon, Kreis, bla bla bla. Ihr geht auf Pfad. Pfad bedeutet, dass immer wieder, wenn ich einen Punkt setze, dass ich mehrere Punkte hintereinander setze. Und hier könnt ihr jetzt, und das ist toll, einfach auf Seemeilen gehen. Ihr könntet theoretisch, auch wenn ihr die ganze Geschichte mal über Land machen wolltet, das auch einfach in Kilometer anzeigen lassen. Ihr geht auf Seemeilen. Jetzt tue ich das mal wieder ein bisschen weg aus meinem Bild. Das stört mich sonst. Und jetzt habe ich hier ein Fadenkreuz. Und jetzt kann ich einfach das Fadenkreuz hier ansetzen. sagen, hier starte ich, fahr da hin. Nein, ganz so genau muss man es jetzt nicht machen. Aber ich mache es jetzt mal genau. So. Ich kann den Punkt dann auch nochmal anfassen, sobald ich da drüber komme, wieder zum Finger. Und könnte den jetzt quasi nochmal verschieben, weil ich sage, na, da will ich nicht hin. Und kann entweder eine ganz genaue Route machen, wobei ich ziehe das doch nochmal her, dann zeige ich euch was. Oder ich kann diese Route, wie gesagt, grob machen. Interessant ist, dass sich, während ich hier diese Punkte setze, hier meine Seemeilenanzahl sich ändert. Jetzt bin ich bei 6,3 Seemeilen bis dahin und kann dahin gehen. Jetzt bin ich bei 9,31 und sage, ah, erster Tag, ich will hier in diese Bucht oder in irgendeine andere Bucht und kann das ganz genau mir quasi anzeigen lassen. Genauso komme ich dann hier wieder zurück, kann dahin, kann dahin. Und vielleicht ist es dann nämlich auch schon so, dass der ursprüngliche Plan, hier irgendwo müsste Fiskardot sein, lasst uns, so ist es, da wollen wir natürlich hin. Traumhafter kleiner Hafen im Ionischen Meer, allerdings schnell mal überfüllt im Sommer. Das heißt, dann müsste er ein bisschen vorher da sein. Aber ihr seht, es sind jetzt 28,8 Seemeilen. Und es ist insofern auch mal interessant, wenn ihr beispielsweise sagt, naja, das ist alles schön und gut. Ich habe mir hier mal grob einen Plan gemacht und ich wollte jetzt eigentlich unbedingt noch einen riesigen Schlag darunter machen. Dann hier wieder zurück und will mal wissen, ob das überhaupt für mich in Frage kommt in einer Woche. Natürlich kann man das auch so ein bisschen in Kombination machen mit den Highlights. Aber jetzt komme ich dann irgendwie auf 180 Seemeilen und dann weiß ich, okay, da muss ich ein, zwei größere Schläge fahren, in Anführungsstrichen. Aber dann geht es. Also ich finde, das ist einfach ein geniales Tool, mit dem ich arbeiten kann, ohne dass ich mir jetzt irgendeine Wahnsinnssoftware kaufen muss oder irgendetwas machen muss. Hier geht es auch nicht darum, wie tief ist es hier und dort, sondern hier geht es einfach darum, wie viel Seemeilen hat denn überhaupt mein Schlag. Ich kann natürlich auch sehr simpel von unterwegs aus hier Google Earth Pro aufrufen und dann einfach mal klick, klick, klick ein paar Punkte setzen und ein bisschen navigieren und dann schauen, ob ich hier, wenn ich kurzfristig mal was anpassen möchte oder so, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nochmal eine interessante Geschichte. Und was auch möglich ist, sind natürlich diese mobilen Geräte. Also es gibt ja hier beispielsweise, gibt es, Kamera steht, sollte nicht sein. Jetzt bewegt sich wieder was, beispielsweise hier diese mobilen Geräte. Ich habe jetzt hier das GPS Map 86i von Garmin. Das ist meiner Meinung nach in erster Linie etwas, dass ich vor Ort auf dem Boot mobil nochmal ein Gerät habe, mit dem ich jetzt ein bisschen navigieren kann, wo ich sehe, wo ich bin, wo ich alles abrufen kann, wo ich mich auch teilweise vielleicht mit dem Bordnetz verbinden kann, je nachdem, was ich für Geräte habe. Aber das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt im Vorfeld für die Planung nehmen würde, weil es einfach ein sehr kleines Display ist. Und deswegen würde ich sagen, ist es jetzt zwar eine Möglichkeit, aber jetzt nicht unbedingt, also es wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl, wenn es darum geht. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn ich schon mal sowas habe, kann ich nämlich, und das ist auch ganz interessant, auch hier Point of Interest setzen. Ich kann auch hier schon mal einen Turn ein bisschen planen und kann es dann auch später natürlich direkt auf dem Schiff dann auch nutzen, weil da sind die Daten ja auch drauf, ähnlich wie jetzt beispielsweise bei der Navionics App. Ja, dann habe ich logischerweise noch als letztes die herkömmliche Seekarte. Bitte, vergessen wir das nicht. Die Seekarte ist natürlich genial und macht natürlich auch richtig Spaß, wenn man sich einfach mit der Seekarte ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt, ich hole mir die Seekarten im Vorfeld und ich würde das definitiv machen. Auf den Charterschiffen sind immer Seekarten, aber manchmal sind sie leider Gottes von der Crew vorher schon mal irgendwie sehr in Anspruch genommen worden. Oder vielleicht sind es auch welche, die ein bisschen älter sind und man fühlt sich nicht wohl dabei. Also ganz so alt sind die Karten. Nie Sorgen würde ich mir da jetzt nicht machen, weil ein Fels hat sich selten verschoben. Aber ich weiß für diejenigen, die jetzt sagen, aber halt, wenn da was passiert, dann bin ich als Skipper dran. Absolut richtig. Wenn so etwas mal sein sollte, dann auf jeden Fall an der Basis Bescheid geben und sagen, hey, ich habe hier die Karten zwar gesehen, aber bin damit jetzt nicht ganz so zufrieden. Bitte tut mir einen Gefallen und habt ihr nicht irgendwelche neuen. Aber wenn man sich im Vorfeld selber die Karten besorgt, es ist keine große Investition. Man hat einfach die Möglichkeit drin rumzuzeichnen. Und ganz ehrlich, mit die schönste Freude ist ja die Urlaubsvorfreude, das wollte ich sagen. Und diese Vorfreude kann man natürlich umso mehr auskosten, wenn man ein bisschen Material hat, wenn man ein bisschen mit diesen Seekarten auch ein bisschen arbeiten kann, drin rumzeichnen kann und diese Seekarten dann natürlich auch mitnehmen kann. Und da kann nichts passieren, weil da geht ja die Batterie nicht aus oder leer oder gibt es keine Elektro-Probleme. Gerhard, freut mich, schon wieder was gelernt. Ich glaube, du beziehst es auf diese Google Earth-Geschichte. Du hast diesen Beitrag oder den Kommentar ja schon vor ein paar Minuten geschrieben. Also ich war auch sehr baff, als ich das erste Mal auf diese Thematik gekommen bin oder als ich da drauf gekommen bin. Und wir nutzen das wirklich auch sehr oft im Büro, wenn es darum geht, dass zum Beispiel der Kunde sagt, ah, ist das machbar, Mallorca in einer Woche. Supergeile und einfache Geschichte. Ich will da wirklich nochmal ganz kurz auch drauf zukommen, dass ich sage, wie schnell ich diese Antwort im Endeffekt habe, wenn jetzt jemand fragt und sagt, ja, wie ist denn das jetzt mit Mallorca? Komme ich da in einer Woche durch? Total einfach. Also hier kann ich jetzt erst mal ganz kurz auf Löschen gehen. Ich könnte auch auf Speichern gehen. Da merkt er sich genau das. Und ich kann natürlich einfach mal sagen, du Mallorca, eine Woche, du startest. Sagen wir mal, klar, egal, aber ganz grob, wenn ich mir das mal anschaue. Und man darf nicht vergessen, natürlich will ich ja noch eigentlich in ein paar Buchten rein. Mache ich mal hier so einen kleinen Abstecher wenigstens. Und während ich mit dem Kunden telefoniere, ich weiß, jetzt habe ich wieder was verraten, was ich, da denken die Leute, Mensch, der ist so schlau. In Wirklichkeit klickt er da ein paar Mal auf den Rechner, sage ich, ja, das sind um die 200 Seemeilen. Und ist der Kunde natürlich auch beeindruckt, wenn er sagt, wow, ganz schön flott hier eine Antwort gehabt. Ich habe ja auch noch eine kurze Info, sehe ich gerade reinbekommen. Also zum einen, Frank ist wohl auch überzeugt, was Navionics betrifft. Aber wenn man einen Garmin-Plotter hat, ja, wie meinst du das? Ach, du meinst mit der Übertragung oder was? Oder meinst du jetzt, wenn, also ich sage mal so, wenn du Navionics hast im Vorfeld, ja, dann nutzt du das natürlich losgelöst von dem Garmin-Plotter, der dann auf dem Schiff ist. Also da geht es jetzt auch nicht um die Koppelung. Es geht ja wirklich jetzt so mal ein bisschen um diese Turn-Vorbereitung. Ich finde es da einfach klasse, je mehr du dich damit natürlich beschäftigst. Und du kannst es da auch bei den Crew-Treffen natürlich gut durchgehen mit der Crew, wenn du die Navionics-App auf deinem Tablet beispielsweise hast. Ich sehe hier noch etwas, was ich sehr interessant finde. Der Ingo schreibt, Ocean Guide ist auch ein guter Turn-Planer. Da finde ich, muss ich gleich mal gucken, Ocean Guide. Schauen wir uns doch gleich an. Geht ja heutzutage alles. Und sollte jetzt auch für euch sichtbar sein, plan your cruise, enjoy your vacation. Coole Sache. Online-Turn-Planung. Perfekt. Sieht sehr, sehr gut aus. Das heißt auch eine Online-Geschichte, wie ich hier meinen Turn planen kann. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich informativen Beitrag, Ingo. Das ist sehr, sehr cool. Turn-Führer auf den Handbüchern, Wind und Wetter ist da mit dabei. Also wirklich windoptimiertes Routing bietet die hier an. Interessant offensichtlich durch Community-Beiträge, die hier natürlich auch dann am Ende dazu beitragen, dass man auf das Wissen und die Erfahrung von anderen zugreifen kann. Also sehr cool. Sollte man sich auf jeden Fall auch mitmerken. Ich finde, das macht was her. Genau solche Tools sind einfach hilfreich, wenn man in der Phase ist, die ich hier angesprochen hatte, dass man sagt, die Route, die grobe Route einfach mal abstecken. Gut, ganz kurz nochmal schauen, ob da noch ein paar Infos von euch reingekommen sind, bevor ich dann zum nächsten Punkt gehe. Das machen wir ganz kurz erst nochmal weg. So, also Ocean Guide ist offensichtlich wirklich sehr gut. Also Joe sagt es auch genauso. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Die wenigsten Charterbote haben die Möglichkeit, das mobile Navionics zu koppeln. Gebe ich dir recht, das ist richtig. Da wäre es natürlich hilfreich, wenn man im Vorfeld was Kompatibles hätte, was dann später auf den Plotter geht. Wobei ich bin der Meinung, dass es manchmal auch ganz gut ist, wenn man am ersten Tag sich mit dem Plotter, der auf dem Schiff ist, gut auseinandersetzt. Und das funktioniert oft eben sehr gut, wenn man beispielsweise dann die Tourplanung oder die Routenplanung, die man vorher gemacht hat, dann entweder auf den Plotter überträgt. Was ich euch aber noch nicht empfehlen würde, komme ich gleich dazu. Oder sich vielleicht den einen oder anderen Punkt einfach mal da markiert. Die komplette Route, die ihr im Vorfeld gemacht habt, ist immer noch oder wir sind immer noch bei der groben Route. Du sagst zwar hier auch, dass es im Prinzip auch möglich ist, aber ich bin der Meinung und ich erkläre euch gleich warum, dass wir, bevor wir auf dem Schiff sind, noch keine exakte Turnplanung haben sollten. Das hat verschiedene Gründe und ich komme jetzt in meinem letzten Punkt dazu. Wenn wir hier nochmal an den Anfang gehen, dann ist der letzte Punkt aktuelles. Ich habe das mal ein bisschen allgemein gelassen. Dazu vielleicht erst nochmal ein paar, also meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr relevante und wichtige Infos. Eine der größten Gefahren ist es, wenn man seinen Turn exakt plant. Das heißt, wenn man ganz genau sich vornimmt, an Tag A, B, C hier und dort zu sein. Wenn aus irgendeinem Grund das nicht umzusetzen ist, und da gibt es viele Gründe, es gibt auch positive Gründe. Beispielsweise ihr seid in einer Taverne, die sowas von schön ist und einen so tollen Strand hat, dass ihr sagt, ich muss hier unbedingt noch einen halben Tag länger bleiben oder einen ganzen Tag. Ich meine, ihr seid ja auf dem Turn, ihr seid im Urlaub. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen Plan hat, an dem man sich halten muss oder vermeidlich halten muss oder das Gefühl hat, man müsste sich daran halten, wenn man im Urlaub ist. Aus diesem Grund und auch aus anderen Gründen, die man nicht vernachlässigen sollte, beispielsweise Wetter, ist es meiner Meinung nach wichtig, diesen Plan nicht exakt zu erstellen. Meine Vorgehensweise oder die Vorgehensweise, die ich euch empfehlen würde, ist, Insider-Infos, die ihr im Vorfeld nicht bekommen könnt, und aktuelle Umstände als letzten, aber eigentlich wichtigsten Punkt mit in eure Turnplanung aufzunehmen. Und das geht im besten Fall, wenn man an der Basis ist. Wenn ich an der Basis ankomme, ich bin zum Beispiel jemand, ich fahre nicht an dem Samstag raus, wenn ich am Samstag da angekommen bin, sondern ich nutze den Samstag, um ein Schiff kennenzulernen, um ein bisschen am Plot herumzuspielen, logischerweise, um auch den Ausgangshafen kennenzulernen und um ein Gespräch mit dem Base-Manager zu bekommen. Das heißt, das Gespräch mit dem Base-Manager ist insofern sehr wichtig, ich nehme mir da die Zeit, dem Base-Manager mal meine Highlights darzustellen und ihm meine grobe Route darzustellen und dann frage ich ihn, was hältst du denn davon? Wir wollen dies und jenes erleben. Hast du noch Infos für uns? Vielleicht gibt es ein Restaurant, welches erst dieses Jahr aufgemacht hat. Vielleicht gibt es ein neues Sperrgebiet, von dem ich jetzt noch nichts weiß. Vielleicht ist der ein oder andere Hafen an bestimmten Tagen so überfüllt, dass er sagt, sehr gut, aber bitte nicht am Donnerstag. Also das sind Informationen und Daten, die definitiv Gold wert sind und ihr müsst genau so fragen. Und er wird euch alles erzählen. Er freut sich ja auch, wenn ihr einen schönen Turn hattet. Das Nächste, und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ist natürlich das Wetter. Weil, ganz ehrlich, wir sind Segler. Hallo? Oder auch, wenn wir Motorbootfahrer sind. Das Wetter bestimmt am Ende des Tages ja unseren Turn und unsere Route und unsere Richtung. Und hier solltet ihr auf jeden Fall auch mal die aktuellen Wetterdaten mit hernehmen und sagen, passt das so, was ich gerade mache? Vielleicht ist ja die Wetterlage so, dass ihr umgekehrt fahren solltet. Ja, nur ein Beispiel. Oder dass es vielleicht so ist, dass ihr, wenn ihr in Athen rausfahrt und eigentlich vorhattet, Richtung Kykladen zu fahren, so viel Wind ist, dass ihr sagt, nee, wir machen lieber saronischer Golf, argolischer Golf, weil es da einfach weniger Wind ist und wir dadurch ein bisschen mehr safe sind. Dann hättet ihr auch insofern gewonnen, weil dann hättet ihr im Vorfeld euren Radius, ich zeige das mal ganz kurz, entsprechend vielleicht ein ganz interessanter Punkt, da gehe ich hier noch mal ganz kurz rein in das Google Earth, was ich damit meine, nur dass ihr das, so, schauen wir uns noch mal ganz kurz Google Earth an. Also, da gehen wir auf löschen, so, beispielsweise, ihr seid hier in Griechenland unterwegs und ihr seid am überlegen, ob ihr, wenn ihr jetzt, oder sagen wir mal, ihr startet jetzt hier und überlegt, da raus zu segeln, dann, und sagen wir mal, gerade im Sommer, wenn der Meltemi hier bläst, dann kannst du ja schon mal sowas von knallen, vom Wind her, dass wirklich alles zu spät ist und dann kann es ja ein ganz guter Plan sein, dass man jetzt sagt, nee, ich will gar nicht da rausfahren, sondern ich fahre hier in den saronischen Golf rein oder hier in den argolischen Golf rein und dann ist der Punkt, welchen wir am Anfang besprochen haben, mit dem Radius natürlich interessant, weil wenn ich jetzt hier in der Ecke starte, habe ich die Möglichkeit, hier zu fahren oder hier zu fahren oder hier runter zu fahren und all das sollte ich dann mit in meine grobe Planung mit einplanen und dann muss ich eben am Anfang mehrere Routen mir mal aufzeichnen mit mehreren Highlights und mehreren schönen Ecken, die ich mir gerne anschauen würde, wenn ich denn dort dann sein sollte und dann kann ich an der Basis, wenn ich dann angekommen bin, wirklich nochmal ins Detail gehen und schauen, wie ist es mit dem Wetter und was genau sagt der Base Manager und mit dieser Hilfe komme ich dann an einen viel besseren oder viel fixierteren Routenplan, als ich vorher hatte. Und hier mein letzter Tipp an euch ist, tragt euch die von euch, ich sage jetzt mal in erster Linie, präferierten Übernachtungspunkte ein, aber auch immer die ein oder andere Alternative. Und ich habe immer ein paar Alternativen, damit ich in einer Situation, wenn ich beispielsweise ein Defekt habe, wo ich was reparieren muss oder der Wind kommt direkt auf die Schnauze, dass ich einfach langsamer unterwegs bin oder es ist so schön hier, dass ich noch ein bisschen bleiben will, dass wenn so eine Situation auftaucht, dass ich dann ohne Probleme flexibel sein kann und sagen kann, okay, wenn wir nicht hier übernachten, übernachten wir dort, da ist es auch schön, haben wir uns auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Ansonsten ist das Problem, dass man immer das Gefühl hat, man muss heute bis zu diesem Punkt segeln, weil ansonsten haben wir unser Turnziel nicht erreicht. Da sollte man sich die Turnziele einfach auch nicht so stecken und dann passiert so etwas eben auch nicht. Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten Punkte, die meiner Meinung nach für so eine Turnplanung relevant sind, dass man hier einfach eine richtige Reihenfolge mit reingeht. Ich möchte noch mal ganz kurz auf eure Beiträge schauen. Das finde ich sehr lustig, ich würde mal oben anfangen. So. Genau, also logisch, wenn das Wetter nicht mitspielt, hilft die beste Planung nichts. Absolut, genau so ist es nämlich. Und ich ärgere mich dann am Ende nur. Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Google Earth ist auch super, sagt Skippy Johnson. Sorry, dass ich so lange gebraucht habe, den Namen zu lesen. Aber ja, ist auch super, sich dir die möglichen Buchen exat anzusehen. Genau, wie eng ist es da? Ich fahre dort auf die komplette Küste, die Insel. Ja, total genial, genau. Ich sehe auch dadurch so ein bisschen Igelei-mäßig von oben, wie schaut es denn da aus, wie breit ist die Bucht? Und die Wasserfarben sehe ich im Endeffekt auch schon fast. Sind wir wieder da? Logisch, wenn das Wetter nicht mitspielt, hilft die beste Planung nichts, genau. Und es ist wirklich ärgerlich. Also kennen wir, glaube ich, alle ein bisschen. Und lustig, dass es so mit dem Wetter ist. Das Erste, was über Bord geht, ist die Routenplanung. Es ist oft so, dass wenn die Routenplanung von vornherein zu exakt gewählt wurde, dass genau die über Bord geht. Und dann auch ein bisschen viele Crews dann auch wirklich lost sind. Die sagen, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Da wollten wir hin, da mussten wir eigentlich hin. Und jetzt sind sie betrübt und verärgert, obwohl der Turn eigentlich wunderschön ist und es noch viele andere Ecken gibt. Gutes Beispiel hier vom Gerhard. Nehmt Kroatien. Der Plan ist entweder wegen Juga oder Bora abzuändern. Absolut. Und das kann ich so weit im Vorfeld nicht wissen. Und ihr wisst, wie das ist. Eine Turnplanung, die fängt man schon fast, ich sage mal, kurz nachdem an, nachdem man seinen Turn gebucht hat, weil einfach die Vorfreude auch entsprechend ist. Also da kann sich das so schnell einfach ändern. Skip Johnson schreibt hier nochmal, ich schaue mir das Wetter schon Tage vorher in Predict Wind an und plane in Wochen in die Zukunft. Genau. Also finde ich auch cool, sich da auch schon gerne ein bisschen vorher damit auseinanderzusetzen. Auch wenn wir nicht in die Kugel gucken können, Glaskugel, aber schon mal so langsam sich rantasten. Claudia, schön, dass auch Damen mit hier zuschauen. Hallo. Gerade oft ist es so in der Crew, dass dann die Navigation dann doch und die konkrete Planung oft von den Damen gemacht wird. Sehr gut mit den Insidern. Absolut. Den Menschen an der Basishafen reden. Ganz wichtig. Total. Also das sind Dinge, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man trifft sich irgendwo mit einer anderen Crew und sagt, warst du da schon, Segeln? Ja, war ich. Ah, hast du dies und jenes gesehen? Und dann sagst du nein. Und wenn der darüber das Schwärmen anfängt und erzählt, sagst du dir, lieber Gott, wie konnte mir das passieren? Wieso habe ich das nicht auch gemacht? Ja, weil du vielleicht diesen einen oder anderen Insider-Tipp nicht hattest. Und an der Basis kriegst du die einfach. Genau, also hier nochmal ein Nachtrag. Eine Woche vorher hat er gemeint, dass er sich das Wetter schon mal anschaut und da bekommt man schon mal eine Ahnung, was die Tendenzen betrifft. Ja, absolut. Ist auch, ich sag mal, zu 90 Prozent kann das klappen. Gibt eben leider Gottes auch manchmal die Situation, dass es nicht klappt. Aber mit dem Hintergrundwissen und mit dem Wissen an sich, wenn man da rangeht, passt es doch auf jeden Fall. Gerhard, ein Drittel der Zeit weg von der Basis. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht geschnallt. Ein Drittel der Zeit weg von der Basis. Vielleicht kannst du mir das nochmal genauer reinschreiben. Ich habe jetzt nicht genau geschnallt, was du da genau mir sagen wolltest oder was du mitgeben wolltest. Auch das ist natürlich wichtig. Nur weil ich jetzt einen Turnplan gemacht habe und den am Ende am letzten Tag fixiert habe, der muss natürlich nicht so bleiben. Und auch dieser Turnplan kann während des Turns natürlich vom Wetter auch nochmal beeinflusst werden. Aber auch da hilft es natürlich, wenn ich meine alternativen Punkte schon mal notiert hatte und andere Sehenswürdigkeit und andere Übernachtungspunkte mit notiert hatte, weil ich dann einfach auch switchen kann, ohne dass ich mich schlecht fühlen muss, weil ich sage, da ist es super, da ist es super. Ich habe mich schlau gemacht. Es ist egal, ob wir jetzt nochmal vielleicht sogar eine Nacht hierbleiben oder nur ein paar Buchten weiterfahren und nicht die geplanten 25 Seemeilen machen. Und viele Vercharterer bieten eben auch an, so wie hier geschrieben wird, bei Problemen mit dem Wetter ist auch von unterwegs der Base Manager eine gute Hilfe. Damit ist auch gemeint, dass gerade bei schlechtem Wetter dann oft SMS, Nachrichten von der Basis an den Kunden kommen. Nicht jeder Kunde checkt das Wetter und das ist gerade mal so, immer so noch mal die letzte Rettung. Der Vercharterer möchte ja auch, dass ein Schiff wieder heilt zurückkommt, was sehr gut nachvollziehbar ist und natürlich auch Sinn macht. Und diesbezüglich ist es, glaube ich, auch super interessant und auch wichtig, dass man hier sich auch nochmal auf die Basis verlassen kann. Manche Schiffe haben dann auch, gerade in Ferndestinationen, ein Bordhandy. Das heißt, es ist ein Handy mit einer lokalen SIM, welches nur angerufen werden kann und man nicht raus telefonieren kann. Und das Handy ist dann, oder man kann nur die Basis anrufen, je nachdem. So ist es genau. Und somit ist man einfach auch nochmal safe und kann auch bei solchen Sachen auch nochmal ein bisschen Hilfe bei der Basis holen oder die Basis meldet sich eben. Thomas, du sprichst mir aus der Seele, du schreibst, du hast Fernweh. Soll ich dir mal was verraten? Wisst ihr eigentlich, wie schwierig das für mich ist? Ich arbeite tagtäglich, aber ich befasse mich mit Urlaub. Also ich befasse mich mit dem Schönsten, was es gibt, mit dem Thema Segeln, Yachtcharter und mehr. Ich habe mal Heimweh, Heimweh, ich sage schon, Fernweh. Und ich werde dieses Jahr auch wieder ein paar Mal aufs Wasser gehen, habe ich mir ganz fest vorgenommen. und mir geht es wie dir und ich glaube vielen anderen auch. Ah, hier haben wir die Aufklärung vom Gerhard. Ein Drittel der Zeit weg von der Basisplan und zwei Drittel der Zeit wieder zurück. Ganz genau. Das ist auch ein sehr, sehr guter Plan. Es gab schon Kunden, die angerufen haben und gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr in die Basis. Das ist kein Witz, das ist wirklich wahr. Es gibt Kunden, die es ihren Turn so planen, dass sie es nicht schaffen, zurückzukommen, weil der letzte Tag verplant wurde, der größte und schwierigste Schlag gegen den Wind für den letzten Tag geplant wurde. Und wenn ich das natürlich mache, dann kann es wirklich sein, dass ich ein Problem habe und das Schiff nicht mehr zurückbringen kann. Und dann fangen die Probleme an. Der Vercharterer muss das Schiff holen, dann kommt darauf an, wer übernimmt dann die Kosten. Wenn ich aber für den Rückweg mehr Zeit in Planung habe, dann bin ich hier auf jeden Fall schon mal safe. Auch fahre ich lieber am Anfang gegen den Wind, also wenn das so ein Rundkurs ist, und dann später mit dem Wind zurück. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Jetzt kommt aber ein interessanter Beitrag von der Claudia. Und das ist die Königsklasse, Claudia. Planlos ist auch schön. Wirft natürlich mein ganzes Video jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich denke, ich weiß, was du damit meinst. Und ich genieße es auch sehr. Ich mache mich natürlich schlau über dieses Revier. Ich kenne die Ecken. Ich weiß, wo es hingehen könnte. Aber dann lasse ich es wirklich extremst flexibel angehen. Ich weiß die Richtung und ich weiß, was auf dieser Route alles liegt. Und ich entscheide von Tag zu Tag, ohne dass ich hier wirklich in zwei, drei Tage in die Zukunft denke. Sondern ich weiß nur, wie ich umfahre und dann entscheide ich. Macht Spaß, gerade wenn die Crew auch genau so tickt. Das ist auch ganz wichtig. Manche wollen da ein bisschen mehr wissen. Aber wenn man sich dann zusammensetzt und sagt, hey, wie schaut es aus? Das und jenes haben wir. Da sollte man natürlich wissen, was einen so erwartet, wenn man in die eine oder andere Richtung fährt. Aber das macht natürlich auch richtig, richtig, richtig Laune. Bin ich auch ein sehr guter Freund davon. Ein Ruhetag als Puffereinplan ist, also es hilft sehr. Ja, warum nicht? Wir sind Segeln, wie gesagt. Und dann ist es natürlich schön, wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal so zwei Wochen wenigstens mal hat, dann macht es Spaß. Das ist nämlich auch ein extremer Luxus. Wenn ihr mal einen Turn macht und ihr bleibt mal einen Tag an einem Platz, die meisten sind da so ein bisschen die Getriebenen und sagen, wir müssen irgendwie weiter, wir müssen doch was erleben. Nein, du bist auf dem Meer, du bist auf dem Wasser, du erlebst schon und vielleicht ist ein Tag an einem Platz länger bleiben genau das, was du in dem Moment brauchst. Gerhard schreibt noch, wenn das Wetter nicht mitspielt, zeigt sich, was eine gute Planung mit Alternativen ist. Absolut. Also da merkst du dann wirklich, wie es geklappt hat, ob es geklappt hat und du merkst es auch, wie die Crew reagiert. Wenn sie im Vorfeld an dieser Turnplanung mit teilgenommen hat und integriert wurde und auch Bescheid weiß, dann bleib dir genauso cool und gelassen wie du, weil man einfach so viele Alternativen hat. Christian schreibt, das am weitesten entfernte Ziel sollte nach einem Drittel der Zeit erreicht werden. Genau, das ist auch ungefähr so das, was vorher ja angesprochen wurde, dass man sagt, man sollte wirklich schauen, dass man hier ein bisschen Sicherheit sich reinholt und am Anfang den Radius auch nicht zu weit stecken. Es ist nichts gewonnen, wenn man Dinge erleben möchte und wenn, ich sag jetzt mal, wenn man gar nicht so weite Schläge fahren möchte, die dann aber am Ende fahren muss, in Anführungsstrichen. Also lieber entspannt die Sache angehen, wenn man sich mal die Küsten anschaut. Ganz ehrlich, da wo wir wir Badehosensegler rumsegeln, da ist da ist alle, da ist eine Bucht nach der anderen oft und da ist es natürlich ist es natürlich einfacher. Anders ist es ein bisschen, wenn man natürlich jetzt beispielsweise in der Insellandschaft Kykladen oder so unterwegs ist und da dann, ja, da dann vielleicht auch immer von Insel zu Insel fahren muss, aber auch da macht es Sinn, früh genug immer loszufahren, also auch kurzfristig so zu planen, dass man immer ein bisschen einen Zeitpuffer hat. Noch eine Dame, freue ich mich, Birgit, hallo, letztes Jahr auf Kuss erlebt, dass welche es nicht zurückgeschafft haben, trotz klarer Windprognosen. Ich sage ja, es ist wirklich nichts Erfundenes gewesen von mir. Du hast heutzutage immer diese Prognosen und ich verstehe auch nicht, wie das passieren kann, aber es passiert eben. Es ist ja auch nicht so, dass jeder ja, gleich immer alles weiß. Also manche Erfahrungen muss man dann tatsächlich offensichtlich auch erstmal machen und erleben, bevor es dann so ist, ja, dass man das beim nächsten Mal richtig macht. Aber ja, das passiert und sollte eigentlich ja nicht. Claudia auch nochmal genau in den Tag hineinleben, dort bleiben, wo es schön ist. Ganz genau so. Es ist, ja, und das Herz, das ist das, was wir vermissen. Das ist auch genau der Grund, weshalb wir, glaube ich, segeln. Das ist das Schöne einfach daran. Birgit schreibt hier jetzt auch nochmal ganz kurz, perfekt wären mehr Möglichkeiten für zehn Tage zu chartern. Guter Punkt, komme ich jetzt gleich dazu, von wegen Ruhetag, gechillt, anreisen und zurückkommen, genug Puffer zu haben. Also von wegen Ruhetag, dass man einfach ein bisschen mehr Puffer hat. Zehn-Tages-Chartern sind möglich und solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr bei uns eine Charter anfragt, auch sofort mit angeben, wenn das euer Wunsch ist. Es gibt Vercharterer, die bieten das sogar von Haus aus an, auch im Mittelmeer. Es gibt Vercharterer, die bieten das auf Anfrage an, mit einem kleinen Aufpreis, Aufpreis in Anführungsstrichen, dass du dann vielleicht umgerechnet vielleicht elf Tage zahlst. Aber das ist nicht so, dass es unmöglich ist. Und in Ferndestinationen, beispielsweise Karibik oder Kuba, ist das überhaupt kein Thema. Da ist es auch egal, an welchem Tag ihr übernehmt. Das muss nicht Samstag, Samstag sein. Ihr könnt sagen, ich übernehme am Dienstag und will nächste Woche dann am Donnerstag zurück. Oder ich will nur vier Tage unterwegs sein. Und da wird auch wirklich nur tageweise abgerechnet. Das ist wirklich eine wichtige Info. Gerade dann, wenn ihr im Vorfeld euren Turn plant und Flüge checken wollt, ihr könnt dann die Destination oder ihr könnt dann wirklich anhand der Flüge eure Übergabetage euch wählen. Deswegen kurz mal über die Flüge schlau machen. Gerne auch über Informationen natürlich bei uns. Und dann entsprechende Schiffanfragen kann man sich teilweise richtig Geld auch sparen. Und dann natürlich eben auch diese zehn Tage machen. So. Claudia, finde Ihre Videos sehr informativ. Danke für die tollen Beiträge. Gruß aus Sommerhausen. Das ist ja gleich bei uns um die Ecke. Freue ich mich riesig. Ich freue mich sehr über diesen Beitrag und über dieses Feedback. Das ist ganz, ganz toll. Und das ist, ja, tut meiner Seele einfach gut, weil es schön ist. Unser Slogan ist einfach mehr. Ja, kleines Wortspiel. Aber genau das ist es, was wir wirklich zusätzlich noch geben wollen. Ich sage immer, als Agentur einfach nur ein Schiff zu vermitteln, das ist irgendwie keine Leistung. Und ich finde, es gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Und so können wir die Informationen doch einfach ein bisschen, ja, auch euch zur Verfügung stellen und nicht nur einer Person, wenn sie anfragt, sondern euch allen. Und es ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Feedback. Dann geht es gleich nochmal weiter. Ja, wir haben genau das gemacht, was du gesagt hast, während des Turns umgeplant und ein Ziel ausgelassen. Und es war trotzdem ein super Turn. Ja, ich sage nur, ihr seid eine stimmige Crew offensichtlich. Ihr habt viel miteinander auch geredet. Es ist nicht so, dass einer irgendwie der Häuptling ist, der alles entscheidet und die anderen im Dunklen lässt. Sondern da weiß ich jetzt schon, wenn du mir das so schreibst, dass ihr eine stimmige Crew seid. Und dann ist es auch wunderbar und dann kann man das auch alles genießen, wenn man dann entsprechend eben auch sinnvoll entscheidet und dann den Turn auch umplant. Und das ist doch schön. Das macht doch auch dann irgendwo den Turn aus. Wir wollen doch das Gefühl von Freiheit. Und Freiheit ist, flexibel entscheiden zu können, selbstständig entscheiden zu können und nicht einem ganz klaren Plan zu folgen. Und am Ende nochmal danke für die Infos. Ja, also zu danken habe in erster Linie mal ich vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Ich freue mich da riesig. Ich denke, wir werden doch öfter auch mal so ein Live-Video machen. Schreibt es mir. Ist es schöner, wenn wir Live-Videos machen? Sind es eher so die anderen Videos, die euch mehr gefallen? Vielleicht eine gute Mischung? Ich bin da total offen dafür, auch wenn ihr Themen habt, habt, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal interessant. Schreibt es einfach in die Kommentare mit rein. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir da auf eure Wünsche mit eingehen, denn das ist der einzige Grund, weshalb wir das alles machen. Ob YouTube-Videos, ob Podcasts, ob diese Print-Magazine, die wir da erstellen. Wir sind zwar eine Yacht-Charter-Agentur, aber ich sehe unsere Aufgabe einfach darin, dass ihr einen sinnvollen, guten Turn verbringen könnt, mit einer guten Planung im Vorfeld, dass ihr ein Schiff von einem guten Vercharterer bekommt. Das ist ganz wichtig. Und dass ihr eben auch ein entsprechendes Schiff erhaltet. Und das ist ganz wichtig. An dieser Stelle vielleicht noch, an letzter Stelle, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und wenn wir jetzt schon auch jetzt aktuell so viele Leute haben, die zuschauen, möchte ich das loswerden. Wir haben ein Projekt, das heißt Sail for Kids. Und dieses Projekt ist mir ein absolutes Herz, eine riesige Herzensangelegenheit. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was wir als Charter-Bar-Yachting hier gemacht haben. Und zwar, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf unseren Blog, den erreicht ihr unter yachtcharter-magazin.de und dort, wenn ihr drauf seid, kommt ihr als allererstes hier auf dieses Projekt Sail for Kids. Und Sail for Kids ist entstanden, tja, ich bin auf diese Idee gekommen, während ich irgendwie mal joggen war und mir gedacht habe, Gott, was sind wir für glückliche Menschen, was sind wir für privilegierte Menschen, dass wir einfach segeln gehen können. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, habe ich mir gedacht. Wir planen unseren Turn. Wir gehen irgendwo auf der Welt auf eine Segeljacht und sagen, ich lebe jetzt einfach mal eine Woche oder zwei, ankere dort, wo ich Lust drauf habe und genieße diese Art von Urlaub. Und es gibt immer irgendeinen Menschen in unserem Leben, der uns dazu nicht verleitet hat, sondern der uns dazu gebracht hat, der das uns vorgemacht hat vielleicht. Oft waren es die Eltern, manchmal sind es Freunde und wir haben eben die Möglichkeit, das dann auch wirklich umzusetzen. Und mir ist aufgefallen, dass es natürlich viele Kinder gibt, die das nicht können. Beispielsweise Kinder in Heimen, die teilweise, ja, oder meistens sogar in den normalen Ferien nicht mal überhaupt irgendeinen Urlaub machen können. Und genau gegenüber von uns, von Charter-Bahjachting, in Würzburg, gibt es ein Kinderheim, das ist das Schifferheim und dort gibt es zehn Kids, die auch jetzt an Weihnachten alle zu Hause waren und ich habe mir vorgenommen zu sagen, euch alle nehme ich mit zum Segeln und zwar dieses Jahr am Pfingsten. Wie ich das auf die Beine stelle, ist jetzt erstmal mir überlassen. Und das haben wir gemacht. Wir haben starke Partner in Form von beispielsweise Garmin, Spreadshirt, Bürstner Wohnmobile, die sofort mit unterstützt haben. Wir haben Firmen, wie zum Beispiel eine VR-Bank in Nürnberg, die das gesagt hat, tolles Projekt, wir spenden auch innerhalb der Firma dafür. Wir haben beispielsweise ein Weingut, was gesagt hat, hey, die ersten 100 Kisten, die rausgehen, da geht der Erlös an Sale for Kids. Das ist das Weingut Luft. Peter, falls du das hier siehst, vielen Dank nochmal. Und ja, auch ihr könnt hier und wenn es nur ein paar Euro sind, spenden, dass wir diesen Kindern das ermöglichen können. Teile deine Leidenschaft. Lasst uns einfach zusammenlegen, dass diese Kids auch das erleben können, was wir so sehr lieben, was uns so sehr am Herzen liegt. Und das ist, ich kriege Gänsehaut, das ist mein Vater, er hat mich zum Segeln gebracht, indem er mir das Windsurfen vermittelt hat, seine Liebe zum Meer mir gegeben hat. Gut, das ist eine andere Geschichte, wenn das interessiert, das ist bei uns auf dem YouTube-Kanal ja, auch vorne dran. Der Filmer ist das Meer, mein Vater und ich, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ihr könnt hier einfach ein paar Euro spenden und helfen, dass diese Kids ja auch das erleben können, was für uns so selbstverständlich ist. Das war mir jetzt einfach nochmal ein ganz persönliches Anliegen, das wollte ich euch jetzt unbedingt sagen. Fühlt euch nicht verpflichtet, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist eine tolle Sache. Claudia schreibt schon, dass es eine tolle Sache ist. Joe, du bedankst dich, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Hendrik sagt, dass eine Live-Geschichte sehr gut ist. Richtig, man hat ja einfach mal ein bisschen die Möglichkeit nachzufragen und dann auch ein bisschen zu diskutieren. Claudia, vielen Dank. Sail4Kids ist toll, also genauso sehe ich das auch. Marc, danke, dass du dabei warst, danke, dass du mitgemacht hast und dir das angeschaut hast, freue ich mich sehr. Ja, und Birgit, schön, dass du dir das mit Sail4Kids anschaust. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ich könnte jetzt hier, was heißt, ich könnte, ich werde jetzt hier auch den direkten Link nochmal unten in das Video bei YouTube noch reinschreiben, damit ihr das dann, damit ihr direkt drauf gucken könnt. Gerhard, auch du sagst, dass es gut ist. Ja, also es freut mich, dass es euch gefällt. Claudia hat hier noch eine Anregung, ein Video, ein Videoangebot zu einem Mädelstern. Danke. das ist glaube ich auch eine ganz coole Idee, die ich mit Sicherheit auch mal mit aufgreifen werde. Claudia, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und wir werden uns spätestens nächste Woche sehen. Denn ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch, schreibt uns, ruft an. Ich bin nicht aus der Welt, ich bin hier in Würzburg und in Karlstadt ist das Homeoffice. Also gearbeitet wird immer und erreichbar sind wir auch immer. Wenn ihr euren Turn planen wollt und Unterstützung braucht, wenn ihr ein Schiff braucht zur Charter, da sollten wir auf jeden Fall die richtige Adresse für euch sein. Wir werden jedenfalls alles tun in unserem achtköpfigen Team, dass ihr den richtigen Turn bekommt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, bleibt vor allem gesund und bis dann.